Was ist wichtiger? Kurzes oder langes Spiel? Was muss ich mehr üben, um besser zu werden als Golfer? Und natürlich gibt es zu dieser Frage nicht eine Antwort. Es hängt von deiner Spielstärke ab. Und es hängt davon ab, wie dein langes Spiel aussieht. Also, wenn du es locker schaffst, den Ball aufs Grün oder in der Nähe des Grüns in Regulation zu schaffen, also das ist beim Par 4 mit dem zweiten Schlag, beim Par 3 mit dem ersten und beim Par 5 mit dem dritten, dann solltest du auf jeden Fall dieses Jahr deiner Zeit deinem kurzen Spiel widmen. Das ist ganz wichtig. Du kannst das lange Spiel. Du musst nur versuchen, den Ball irgendwo in der Nähe des Grüns zu spielen. Und dann fokussiere auf Chippen, Pitchen und Putten und Bunker. Aber, wenn du merkst, dass du zum Beispiel bei einem Par 4 nach dem zweiten Schlag in der Regel noch ziemlich weit weg vom Loch bist, du brauchst dann noch 100 Meter, dann kann ich dir wirklich vorschlagen, auf dein langes Spiel zu konzentrieren. Guck, dass du deinen Drives weiter bekommst. 150 Meter plus. Für Damen und für Herren, das ist möglich. Der Driver ist in wunderbare Schläge. Und gucke, dass du deine Transportschläge auch verbesserst mit deinen Rescues und deinen Hülsern. Für dich ist das lange Spiel viel wichtiger momentan. Deine Zeit für dein kurzes Spiel wird kommen. 7 8 republic 내